So, herzlich willkommen zu einer Folge Fortnite. Fortnite. Was ist jetzt das? Wie mache ich... Hä? Da steht Duo. Wie mache ich das zurück? Junge, hä? Wie? Wie kompliziert. Es ist immer noch Duo. So, Leute, jetzt mal bitte. Jetzt mal ohne Scheiß. Da steht Modusauswahl, aber es geht nicht. Ey, Junge, was... Alter, was ist denn das wieder für ein Müll? Ändere hier den Modus, ja? Schon so. Oh mein Gott. Oh, ist das dumm gemacht. Oh, ist das jetzt dumm gemacht einfach. Wahnsinn. Alles klar. Also, wir haben heute noch mal einen Auftrag, ja? Wir hatten echt die letzte Folge... Boah, die war super geil. Die war super... Geil. Hatte... ...nen Sieg. Aber was für einer halt. Super, super, super spannend. Also, heute noch mal letzte Aufgabe. Die abgebundenen Kim-Hologram-Schl-Schl-Schl-Schl-Schl-Schl-Schl. Let's go. Heute wieder als Helven unterwegs. Schöne Geschichte, das. Legen wir... ...a los. Oh, ich muss den Sohn wieder ausschalten. Hehehe, ja. Ja, das darf man nicht vergessen hier. Bam. Oh, das war aber richtig knapp hier. So, ab dafür, Leute. Schauen wir mal, was das heute wird. Vielleicht wird das ja auch heute wieder. Richtig spannend und gut. So, da der neue Emote. Nein! Der Crewskin! Oh mein Gott, bist du süß! Oh mein Gott, ist die süß! Okay. Ja, der Emote ist super gruselig einfach. So cool! So cool einfach. Ich freue mich, wenn ich den Skin auch bekomme dann. Was? Na gut. Das hat jemand vor mir in den Busfahrer gedankt. Wie ist das möglich? Das geht gar nicht. Er hat gecheatet, ey. Hehehe. So. So. Das machen wir. Gar kein Problem. Lemurbrot? Was ist denn das für ein Name? Auch lustig? Ein Lemurbrot. Aha. Erste Landung. Wie ist denn das schon wieder möglich? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, das ist doch jetzt ein Schmarrn, oder? Ich krieg's einfach wirklich aus Prinzip einfach nur noch. So, hier. Als den Wissenschaftler ein Los finsterer als alles Vorstellbare erwartet, brauche ich für die andere Seite des Tors einen Körper. Zu meinen Upgrades gehören eine Taschenkettensäge, Flammenwerfer, ein Käsemesser, ein Jazzklavier, ein Klappleuchter. Gesundheit? Für den anschließenden Käsesnack. Ich weiß, wie sehr ihm der fehlen wird. Ich habe Entwürfe gezeichnet, aber der Wind hat die Pläne aus dem Drucker gepustet. Aus dem Drucker gepustet. Finde meine Entwürfe. Scanne Spiele mit der Falkentrone und sammeln Skizzen. Nee. Nee. Iiii. Upsi. Oh, hier ist so rutschig. Entschuldigung. Können Sie das mal lassen? Oh, mit der Falkendrone-Macaroni. Ey, muss das sein, oder? Das ist keine Falkendrone. Falkendrone. Äh, hä? Perfekt. Äh, warte. Kann ich da mal raus? Hallo? Äh, das ist der NPC. Hey, du Kackawolf. Schluss jetzt. Der NPC jetzt die Leute gekillt, oder was? Nee, das ist, äh, nicht so. Nee. Das ist ein Gegner. Halt, kannst du auch einfach stehen bleiben. Äh, wo ist er? Ah ja, guck hier. Ah, so. Spannend. Verpiss dich. Und sammle die Chips ein. Schildriss. Goal. Wenn's funktioniert. Das hat jetzt einmal nicht funktioniert. Hoi. Bitte lass es halt einfach auch. Will das jetzt erobern, du Schlumpf-Pfirsich. Tschüss. Jetzt brauche ich das ja nicht mehr, ne? Füge Wächterschilden Schaden zu. Wächterschilden? Das ist ein Scheiß. Wächterschild. Halt. Hä? Wächterschild. Hä? Was denn jetzt passiert? Äh, äh, okay. Tschüss. Nö, war auch jetzt lustig. Hä? Bumm. Fallengelassene Wächterschild. Schade. Was zum Bumms? Wie soll denn das gehen? Wächterschild? Das heißt, das muss ja jemand nutzen dann auch. Oder nicht? Oder kann ich das vielleicht aufstehen? Hä? Ja. Weiß jetzt nicht. So, schlürf ich, schlürf, oder? Oh, weiß ich nicht, ey. Hä? Nachladen. Dann, äh... Ah ja, Buschkrieger, oder? So. Jetzt hier, ey. Was? Wie gewächterschildern? Schaden. Zum vorengelassenen Mikrochips anzusammeln. Junge, was ist das denn für eine heftige Aufgabe eigentlich? Okay. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das unbedingt einen Gegner haben muss, weil... Willst du das machen sonst? Hallo. Schluss jetzt. Schluss, Schluss. Ja, Mann. Phase 20, eliminierte Gegner abgeschlossen. Alles. Geil. 20 von 20. Super. Endlich. Wächterschilder, ey. Weiß ich gar nicht. Hey, überall hängen jetzt diese Poster rum. Ist lustig, aber warum, frage ich mich. Ah, besser. Wir machen hier mal ein bisschen so. Alles klar. Und jetzt ist halt echt... Äh, was ist das? Ja, hier, komm. So, ey. Dann müsste ich halt auch ein Schild rauskriegen auch. Warte mal. Gib mir das. Ich will das jetzt haben. Ey, was ist denn hier? Äh, okay? Äh, das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Wenn du, was ist denn hier passiert? Ach. Hier war nur Glammer. Goll. Hm. Äh? Bin ich da voll? Oh. Ey, ich würde jetzt gerne ein Schild finden. Dann müsste ich es werfen und vielleicht kann ich dem dann Schaden zufügen, wenn ich es geworfen habe. Ist ja natürlich ein Träumchen, ne? Das wäre... Das wäre... Das ist kein Schild. Wir geben Wächterschilden. Wächterschilden. Nee, nicht, ne? Also das wäre... Nee, das ist einfach so. Nee, nee. Das ist schon das Item. Das wäre jetzt lustig gewesen. Hier so. Tschüss. Ach ja. Ach so. Hm. Waffe, mittlere Monat zum Besitzen. Was gibt's sonst noch? Ah ja. Ach so. Geht schon klar. So. Hä? Hä? Okay. Ja, okay. Wächterschild. Leute. Das kann halt auch nicht euer Ernst sein auch jetzt, oder? Was ist denn das? Aha. Aha, jetzt flackt hier ein Kammel am Herum. Auch lustig. Oh, wieder fast Level up. Nice. So muss das sein, ne? Ja, wo ist er hier? Was war das gerade für ein Geräusch? Ja, hier. Ist ja voll der Gegner einfach. Was ist denn hier los? Okay. Er braucht halt trotzdem ein Schild auch jetzt hier. Hilft alles nix. Das sind alles keine Schilde. Das auch nicht. Hm. Wo ist der hin? Schade. Kann hier ein Schild drin sein? Hm. Okay. Ein Heilspray. Auch gut, auch gut. Ach, cool. Jetzt habe ich jeder Perfect Perks eigentlich. Hä? Ach, tatsächlich. Das sind halt auch jetzt echt wirklich keine Schilde. Hast du ein Schild? Nee. Aber weißt du was? Ich nehme dich mit. Ah, hier ist nochmal so ein Poster. Vielleicht kommt ja hier ein Schild raus, wenn ich so erober. Dauert jetzt halt ein bisschen. Das ist jetzt mein Kopfgeld. Komm, irgendwie Hopsi-Pops. Hier irgendwie, komm mal obern. Dies, das, ananas. Wir haben jetzt echt nicht mehr viel Zeit. Nee, auch nicht. Oh, habe ich heute echt ein bisschen Pech, wa? Also. Ja. Äh, Entschuldigung. Was, ich bin hier halt auch durch. Äh, okay. Hä? Hui! Voll gut drüber gehüpft. Hä? Das schreckt mich nicht so. Okay, da wird rumgefahren. Ich habe Fall in Belgien. Stinkebogen. Junge, da ist ja noch jemand auch. Hallo, Fischstäbchen? Was geht? Junge, auch halt einfach ein Schild. Wäre halt schon so eine geile Geschichte. Oh. Oh. Schön, dass man jetzt nicht mehr rausschießen kann auf einmal. Ciao. Was geht? Geh mal da hin. Oh, nein. Wieder kein Schild. Junge, das ist ja eine komplette Müllaufgabe aber auch, oder? Komm hierher. Hm. Oh, Sturm kommt ja schon. Oh. Hier hin. Das lässt du mal sein, ne? Das ist schon scheiße auch, was du da treibst. Hehehe. Geh jetzt aber weg hier. Komm ran hier. Heißig wäre. Ah, da vorne. Scheiße. Scheiße. Hä? Warum habe ich mich jetzt um eins verklickt, Mann? Oh, der Dekosmash ist immer noch viel, viel zu mächtig. Ich hasse ihn. Oh, der Hammer. Ich hätte doch nur wegspringen müssen, ne? Ich habe mich jetzt vertippt irgendwie. Voll der Müll. Oh, Mann. Ich hatte so gute Perks und alles. So eine Scheiße. Na gut. Aber das hier mit dem Wächterschild ist ja wohl echt kompletter Müll, oder? Boah, weiß ich nicht, oder? Was geht hier so ab? Achso, Phase 3. Ja, gut. Boah, Alter. Jetzt hatte ich Hunger, Alter. Was ist denn? Na gut. Na gut. Leute. Wächterschilde. Na ja, gut. Hier machen wir bereit. Oh, und wir sind jetzt in der nächsten Runde. So. Nächste Runde am Start, oder? Genau. Was ist eigentlich dein Problem? Du komischer Zwerg. Okay. Ja, nächste Runde. Schauen wir mal. Das mit dem Wächterschild hätte ich jetzt gerne noch, ehrlich gesagt. Das würde ich jetzt schon noch gerne machen. Aber da müsste ich ja irgendwie... Boah, weiß ich echt nicht, Mann. Müsste ich ja fast hier irgendwo landen, oder so. Also, eigentlich im Zitadellengebiet gedönst kackt er. Er kommt runter einfach. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Und dann ist halt echt die Frage. Wächterschild. Niemand nutzt das Wächterschild. Man sieht nie jemanden mit dem Scheißschild rumrennen. Ja. Deswegen, ey, weiß ich nicht. Also, es muss... Es muss ja dann eigentlich so machbar sein, zu sagen, ja, aufstellen. Und dann kannst du dem Schaden so machen. Weil sonst hast du ja verkackt, wenn es nicht geht. Weil... Geht ja nicht. Wer nutzt denn das kack Schild sonst? Oder? Hä? Sorry. Ist nun mal so. Erstschlag. Auch nicht schlecht. Ja, komm. Nimm halt die Macaroni-Drohne mit. Ein Schlüssel. Na gut. Ja, boah, weiß ich nicht. Hey, aua. Wirklich, jetzt hör auf. Was gibt's denn hier, Hübsches? Oh, das sag ich nicht. Nein. Nein. Da sag ich nicht. Nein. Was hab ich jetzt wieder erreicht? Wieder irgendwas gekriegt? Da ist noch ein Schlüssel. Geil. Ach, Leute. Hab ich grad noch einen Schlüssel gekriegt? Leute, jetzt übertreibt's mal bitte nett mit den Schlüsseln. Letzter. Oh. Auch gut. Leute, bitte. Ich brauch halt ein fucking Schild auch. Du, das sind alles keine Schilde, also. Nee, echt nee. Bogenlegende. Wo, das du aufpackst, Dani. Ein Schild. Ein Schild. Na ja, ja. Hm. Okay. Es hat geklappt. Oh, ja. Oh, perfekt, Leute. Dann können wir hier den kack Mikrochip aufsammeln. Zack. Die Chips werden mich zur coolsten Heldin machen, die absolut alle Leute lieben und anbieten werden. Oh, das sind noch mehr Chips. Tut mir leid. Ich hasse Abschiede. Sie bedeuten meist, dass ich bald einen neuen Freak begrüßen muss. Wes. Cool, cool, cool. Also einfach draufballern, jawohl. Einfach einen finden, werfen, draufballern. Ab dafür. Goll. Schön, dass das so geht. So muss das. So muss das. Was ist denn hier drüben eigentlich los? Hier wieder. Wir troffen. Was treiben die da eigentlich? Oh mein Gott. Aua. Und was treibt der da eigentlich? Hä? Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist da los? Hä? Junge, das ist doch... Hä? Das ist doch ganz klar... Ein... Also... Äh... Ein NPC quasi. Also halt. Hier, ein Bot. Aber hundertprozentig. Ich mein... Hä? Was war das? Das war auf jeden Fall lustig. Aber... Was war das? So, was noch? Luftikus. Oh. Ja, okay. So, jetzt müssen wir nur noch... Hier das so machen. Aktiviert das Konstruktionsprogramm für Kims Körper. Ich schätze, wir müssen ihm wohl sagen. Jedenfalls, vorerst. Ja, das ist tatsächlich... Ich weiß nicht, was mit dem Wissenschaftler ist, aber ich werde ihn finden und retten und wieder herbringen. Und wenn es so weit ist, wird er sehen, was ich geleistet habe und mich endlich als überlegen betrachten. Aha. Danke. Für alles. Du hast mein Leben verändert und... wirst mir fehlen. Aha. Sei vorsichtig da draußen. Oder lass es. Das ist lustiger. Das ist wirklich lustiger, ja. Wenn wir es einfach lassen. Okay, Kim hat jetzt einen Körper. Superspannend auch, ja. Und mein Wolf da hinten ist am abkratzen, oder? Was ist hier eigentlich hier? Was hier auch? Wolf, was ist hier? Was ist da? Wir beide zusammen können wir auch hier ein bisschen rumrennen. Geht das? Du Stück Müll bist einfach kaputt. Geil. Drum. Scheiße, ich habe ja Gleitfähigkeit. Ah, scheiße. Jetzt muss ich mir mit dem Heilspray entgegenkommen, oder was? Ich habe ja gar keinen Bock jetzt. Ich muss erst einmal da raus. Aus dem Schmarrn. Hoi. Hey, was ist denn jetzt das? Ist da jemand verreckt gerade, oder? Hey. Drum heil ich halt einfach ein bisschen. Ein bisschen, aber nur. Ja, Mensch, ne? Spannende Sache. Kim hat jetzt so einen Robo-Körper. Das ist schon cool. Ach, guck, was haben wir denn da? Hey, super. Boah. Boah. Muss ich das mit dem Messerwerfer eigentlich noch machen, oder? Nee, gell? Zum Glück nicht, Alter. Ah, ja. Perfekt. Kommt ja wie gerufen, ne? Boah. 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 Oder Mechanik, äh, Bogen. Ja. Ja. Schon geil. La, 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 la. So. Ja, Mensch, geil. Das war jetzt nicht so geil. So, da müssen wir hin. Super. Geht doch. Uäh. Uäh. Ja, so passt. Schön. Ach, du weißt was. Mach mal so. Läuft. Was ist hier wieder los? Voll die Schüsse. Ah ja. Das hat ja geklappt. Boah. Digga. Auch schon wieder anders wild. Okay. Ach, nach dem Schledern allgemein. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was will ich denn mit dem Müll? Okay. Lade nach, komm. Nee, was ist denn das? Was soll denn das immer? Eh? Und die Schledern. Und die Schledern. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, lol. Auch lustig. Auch lustig. Hm, was ist denn hier wieder los? Voll die Fights. Oh je, das gefällt mir nicht. Oh je. Okay. 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 Ich sehe hier so ein paar. Was auch wär. Oh Gott, ist das ein Müll. Oh, ist das ein Müll mit den Eisfüßen, Alter. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh Gott sei Dank. Hey, du Stück Scheiße. Oh Gott. Hallo? Der ist da unten. Komm schon! Oh mein Gott! Alter, lecker, Cosmio. Cosmio. Anders wild. Alter, was ist hier los schon wieder? Oh Gott. Oh, okay, ein Raketenwerfer. Schade. Ach komm, ich nehm ihn, oder? Wobei ich weiß nicht, ob das so gut ist, ey. Okay. Yes! Boah, schon wieder ultra heftig hier. Noch zwei? Okay. Okay. Mein Mann. Okay. 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 Wo? Okay. Nee, das ist echt scheiße. Komm. Okay. Geil. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum? Warum? Warum ist es jetzt leer? Nein. Warum? Es war nur noch eine Millisekunde. Nein. Nein. Wieso ist diese Waffe so Müll? Oh, schade. Ich hätte es fast geschafft. Schade. Oh, wirklich traurig jetzt. Oh Mann, ey. Oh, schade. Es war schon echt supergeil. War wieder super spannend. Super knapp. Junge, Junge, Junge. So, wir haben den Ladebild schon gekriegt. Kim? War lustig? Ja, und halt das, ne? Oh mein Gott. Alter, war das noch eine... Junge, Junge, Junge. Geil. War super spannend, oder? Ah ja, schön. Ja, so schaut es aus, gell? Ich bin jetzt auch 160 geworden. Fantastisch. Wenn wir hier nochmal schauen, kann man bestimmt was holen. Genau, hier die nächste. Helsi. Klar. Ab dafür, ne? So. Krass, Leute. Krass. Das war's für heute. Ja. Und halt auch wieder für die nächste Zeit. Achso, ja. In einer Woche, ja? Gibt's wieder Folgen. Geralt von Riva dann. Ja? Da werde ich auch nochmal was aufnehmen. Von... Ja. Und ansonsten... Äh... Scheinbar erst wieder dann in 27 Tagen. Krass. Okay. Jo, das war's. War super spannend, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wart so ein bisschen länger, ne? Ein bisschen Doppelfolge quasi. War dafür aber echt spannend. Und, äh, ja. In dem Sinne, bis in etwa einer Woche zu den nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Euer Gecko.